Cleverscreen ist ein kostenloser digitaler Hausaushang für alle Verwaltung und Eigentümer und gleichzeitig eine digitale, nachhaltige Werbefläche für alle Werbetreibenden, die momentan noch Papiermüll in die Briefkästen stopfen. Wir lösen mit Cleverscreen zwei Hauptprobleme. Hauptproblem Nummer eins, Werbemüll. 35 Kilogramm Papiermüll landen jedes Jahr in jedem einzelnen Briefkasten in Deutschland und für die Menge werden 1,4 Millionen Bäume gefällt, auch jährlich und auch nur für Deutschland. Problem Nummer zwei, was wir haben, die Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft. Die Immobilienwirtschaft hinkt massiv hinterher. Man sieht es beispielsweise an den Hausaushängen. Da werden immer noch alle Dokumente händisch ausgedruckt und verteilt, was natürlich super unpraktisch ist. Der Screen ist zweigeteilt. Auf der einen Hälfte werden alle Informationen von der Hausverwaltung angezeigt, beispielsweise bevorstehende Zählerablesungen oder die Hausordnung. Etwas darunter sind einige Features für die Mieter oder für die Nutzer des Hauses mit eingeplant. Zum Beispiel die Live-Abfahranzeigen von den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und auf der anderen Hälfte des Screens lösen wir das Werbeproblem und dort werden Werbeanzeigen von unseren Kunden geschaltet. Wir haben uns vor etwa einem Jahr gegründet. Die erste Phase ging natürlich, da ging natürlich viel Zeit dafür drauf, diese ganze Plattform zu entwickeln, worüber die Hausverwaltung ihre Infos hochladen können, worüber die Werbekunden ihre Anzeigen einstellen können und so weiter. Seit zwei Monaten sind wir jetzt offiziell am Markt und haben auch die ersten Screens aufgehangen, nachdem die Testphase abgeschlossen war. Momentan haben wir sechs montierte Screens. Und unser Ziel ist es, bis Ende des Jahres auf Minimum 20 Screens zu wachsen. Bis zum nächsten Mal.